Das ist natürlich eines der wichtigsten Turniere in Berlin, das begleitet Berlin seit 50 Jahren und verbindet Berlin mit dem Rest Deutschlands und auch dem Rest Europas. 50 Jahre sind ja eine lange Zeit und das sind Kinespitzenpaare, die hier ja angefangen haben zu tanzen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Untertitelung. BR 2018